Gut, ich trage Sie für 9.30 Uhr bei Frau Dr. Büchie ein. Rufen Sie einen Arzt. Rufen Sie die Ambulanz. Gehen Sie zum Arzt. Geh zum Arzt. Geh zum Arzt. Kaufen Sie in der Apotheke ein Medikament. 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 Ruhe dich aus. Kaufen Sie in der Apotheke ein Medikament. Nehmen Sie das Medikament jeden Tag. Nehmen Sie das Medikament jeden Tag. Nimm das Medikament jeden Tag. Trinken Sie mehr Wasser. Trinken Sie mehr Wasser. Arbeiten Sie weniger. Arbeiten Sie weniger. Arbeiten Sie weniger. Arbeiten Sie weniger. Essen Sie weniger. Essen Sie weniger. Isst gesünder. Treiben Sie Sport. Treib Sport. Treib Sport. Vergiss nicht, das Medikament zu nehmen. Vergessen Sie nicht, das Medikament zu nehmen. Hilfe! Hilfe! Helfen Sie mir! Hilf mir! Hilf mir! F entgegen Sie nicht. ог Untertitelung des ZDF, 2020